Griaessachleiln, Tautofen hier und willkommen bei Jurassic World Evolution, den Jurassic Park Simulator von Tycoon, die auch Zoo Tycoon gemacht haben und Planet Tycoon, also die wissen wie man Park Simulatoren spielt. Ich habe jetzt mal die Intro Sequence weggepasst, das war das Universal Intro und ich weiß nicht wie das die GEMA aufnimmt, wahrscheinlich wird auch das original Jurassic Park Theme auftauchen, der wird auf jeden Fall GEMA gestrikt sein, weil das kennt ihr schon von damals von meinem Lego Jurassic World spielen, aber nichtsdestotrotz schauen wir das jetzt mal an mit euch zusammen und wir werden uns mal ein stündchen das ganze Spiel erst mal anschauen und wenn ihr weitere Folgen sehen wollt, wie ich mich als Park Manager versuche, in einem Dinosaurierpark, dann schreibt es doch bitte in die Kommentare, dann können wir mal schauen, ob wir das dann halt irgendwie weitermachen bis alles in den Bach oben geht. So, wir starten jetzt ein neues Spiel. Ah, hallo, willkommen, ich bin Dr. Sie haben vielleicht schon von mir gehört oder zumindest sollten Sie von mir gehört haben, jetzt, da Sie hier sind. Vor Ihnen befinden sich die Inseln, die Sie verwalten sollen, falls Sie das können. Die fünf Tode wären es bloß fünf geblieben. Okay, dieser Ort ist so gut wie jeder andere. Isla Matanceros. Relativ stabil. Ja, hier können Sie erst Erfahrungen sammeln. Und das sollten Sie auch. Denn in den kalten Gewässern lauern große, wütende und hungrige Dinge. Und Sie sollten vorbereitet sein, bevor Sie sich dort hineinwagen. Auch sehr cool, dass Sie... Okay, gut. Also, ich bin Cabot Finch, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit und Krisenmanagement und hier, um zu helfen. Beginnen Sie, indem Sie ein Hammond-Entwicklungslabor errichten. Moment, Leute. Wir haben bereits ein Gehege für Sie in Angriff genommen. Sie sollten es einfach an die Seite anbauen. Aber Vorsicht vor den Dinos! Scherz, aber trotzdem Vorsicht. Ganz kurz, Leute. Ähm, ich bespüle ja im Fenstermodus. Und wenn ich jetzt hier nach links will, ist es ein bisschen schwer, weil ich mal aus dem Ding rausgehe. Wenn ich nach links will. Also, wir brauchen hier ein Hammond-Entwicklungszentrum. Kostet ihr nur, ich schlappe, 400.000. Äh, knapp 400.000. Wir haben ja zum Glück drei Mille. Konzentrieren wir uns auf den Grund ihrer Anwesenheit. Eine zukünftige Dinosaurier-Anlage auf den Inseln, die auf Spanisch Lasinco Muertes, die fünf Tode heißen. Okay, wir warten noch mal auf die Fettbestände. Logischerweise muss es an das bereits bestehende Wege und Stromnetz angeschlossen werden. Hm. Was ist das denn automatisch oder was? Ah. Ah, okay. I see. I see. Ich bin verbaut. Ich bin schon verbaut, Leute. Keine fünf Minuten im Spiel und ich bin überhaupt schon verkackt. Jetzt kommt die wahre Prüfung. Das Ausbrüten eines Dinosauriers. Sie beginnen mit einem Struthiomimus. Wählen Sie das Entwicklungslabor aus und entscheiden Sie sich für eine Brutstätte. Es sind genug Genomdaten für Ihren ersten lebensfähigen Dinosaurier vorhanden. Okay, und Studios sind schon mal Wochen für 30.000? Die Machenschaften der Ehrgeizigen, Ausgestorbenes zum Leben erwecken, mit Naturgesetzen jonglieren. Was soll da schiefgehen? Nummer 2. Nummer 2. Nummer 2. Schauspieler. Wir lassen mal die Sau hier fallen. Unser erster Dino, Leute. Leben. Es beginnt. Der kostbarste Moment. Das Ergebnis von unberechenbaren Aktionen und Reaktionen, Versuchen und Fehlschlägen, genetischen Mutationen und unvorhersehbaren Kombinationen. Chaos. All das ergibt am Ende ein lebendes, atmendes, denkendes Wesen. Und jetzt übernehmen wir, sie, diesen Vorgang. Gut gemacht, schätze ich. Sehr cool. Der Hammond Stiftung geht es um drei Dinge. Sicherheit, Unterhaltung und Wissenschaft. Ich habe die verschiedenen Abteilungsleiter schon gedrängt, mit ihnen Kontakt aufzunehmen. Sie werden Anregungen und Gelegenheiten zur Arbeit in deren Team anbieten. Wählen Sie einen Ihrer Aufträge aus. So können Sie Ihre Anlage entwickeln. Ich habe manchmal erst mal Wissenschaft. Doktor Dua, das ist unser neuer Verwaltungsdirektor. Ich weiß, mit wem ich es zu tun habe, Kibot. Ich bin Doktor Dua. Ich leite unsere Wissenschaftsabteilung. Okay, Sie müssen sich einen Ruf in der Wissenschaftsabteilung machen. Das wird nicht einfach mit mir im Nacken, aber Sie schaffen das. Sie werden sich um unsere Dinosaurier kümmern und dafür sorgen, dass sie gedeihen. Aufträge können im Kontrollraum von den Abteilungsleitern angefordert werden. Schließen Sie sie ab und erhöhen Sie Ihren Ruf und Ihre Einnahmen, um Ihren Park zu vergrößern. Wie wird es können drehen? Äh, ah. Eins noch. Ihr Ruf. Haben Sie ein Auge drauf, okay? Wenn Sie innerhalb Ihrer Abteilung einen guten Ruf haben, können Sie eher von ihr profitieren. Finanziell meine ich. Aber wie im echten Leben ist das Ganze ein Balanceakt. Jede Abteilung verlangt Ihre Aufmerksamkeit. Und wenn Sie diese nicht bekommen, nehmen Sie es schnell persönlich. Das habe ich auch schon gehört vom Spiel, dass Sie die Balance zwischen den drei Abteilungen nicht mehr schauen müssen. Ansonsten kann da passieren, dass die sich gegenseitig sabotieren. Was ich zwar ein bisschen komisch finde vom Spielprinzip, aber es soll so sein. Ähm. Genau, Weg bauen. Die Leute denken, dass Geld die Welt regiert. Aber das stimmt nicht. Aufträge regieren die Welt, mein Freund. Verpflichtungen und Engagement. Schließen Sie einen Auftrag ab und Ihr Ruf bei der Wissenschaftsabteilung erhöht sich. Wodurch Sie neue, komplexere und forderndere Missionen angehen können. Okay. Ich bin Owen Grady. Meine Freundin nennt mich Owen. Eigentlich nennen mich alle so. Ich habe Dinge gesehen, über die ich nicht sprechen will. Aber ich fühle mich den Dinos verpflichtet. Raptoren im Speziellen. Vor allem Blue und ich haben eine besondere Verbindung. So wie Claire und ich. Aber weniger kompliziert. Ein Expeditionszentrum ermöglicht es Ihnen, Grabungsteams weltweit nach neuen Dino-Fossilien suchen zu lassen. Aus diesen Fossilien kann DNA extrahiert werden, die unsere Wissenschaftler dann in lebende Dinos verwandeln. Und um die geht es hier schließlich. Schauen wir uns mal die Expeditionskarte an, oder? Ich habe eine interessante Gelegenheit für Sie. Durch Sie könnten wir zusammenarbeiten und Leben erschaffen. Echtes Leben. Wenn Sie Dr. Markham zugehört haben, wissen Sie, wie wichtig das für uns ist. Und für mich. Die Ceratops dreht sie. Ich wusste, dass Sie auf meiner Wellenlänge sind. Hinterfragend. Voller Antrieb. Und ich wusste, Sie könnten nicht widerstehen. Also los. Also Leute. Falls ihr das erste Mal selber spielt, mit einem Klick. Zusammen können wir eine authentischere Version unseres Dinosauriers erschaffen. Dazu brauchen wir ein vollständiges Genom. Ich hoffe, Sie sind dazu bereit. Enttäuschen Sie mich nicht. Falls ihr es selbst das erste Mal spürzt, Leute. Gut. Ihr erstes Expeditionsteam ist unterwegs. Was immer es findet, bringt es zur Extraktion ins Fossilienzentrum. Ja, darf ich jetzt endlich mal selbst reden? Oh, Charaktere. Mr. DNA. Oh Mann, der Mr. DNA. Ihr Job ist wirklich einfach. Erschaffen Sie Dinos, die Besucher in die Anlage locken. Das bringt uns Kapital, das es uns ermöglicht, mehr Forschung zu betreiben, bessere Anlagen zu bauen und mehr Dinos zu erschaffen. Und genau darum geht es. Ein ewiger Kreislauf von Leben, Entwicklung und Rohstoff. Natur und Kommerz. Ganz einfach, oder? Mr. DNA. Wer kennt den noch? Leute, wer kennt den noch? Da haben wir den ersten Jurassic Park vor. Hm. Ich glaube, wir sollten auch etwas für die Sicherheit machen, was man zieht. Sie sollten Genome aus Fossilien extrahieren, die sie in ihrem Fossilienzentrum gesetzt haben. Dadurch erhöht sich die Menge an brauchbaren Daten zur Erschaffung von Dinosauriern. Ich glaube, ich brauche erstmal hier hinten ein kleines Kraftwerk, kann das sein, Leute? Ah, mit WST. Oh, okay. Mit WST kann ich... Ah, hier habe ich auch Terrell. Hier habe ich auch eine Ranger-Station. Und... Ich gehe daneben... ...das ACU. Hätte ich fast gesagt. Ich gehe direkt daneben hin. Ja, geht's hier aus. Das geht's hier aus. Besser ist besser. Äh, sicher ist sicher. So. Sieht so aus, als hätten Sie keinen Strom. Nicht gut. Bauen Sie mehr Kraftwerke oder erhöhen Sie die Produktion. Okay, ich brauche noch ein neues Kraftwerk. Das ist eine komische... Komische zu steuern mit... Äh, mit einer WST. Sehr, sehr komisch. Okay, hier darf ich bauen, okay. Auch interessant, was ich hier bauen darf. Äh... Ist das los? Wir machen es hier hinten. Wir machen es aber nicht versteckt. Wir machen es hier hinten. So, schauts da ganz gut aus. So, wir müssen Tritia-Tops. Hier gibts einen Tritia-Tops. Das ist auch ganz cool gemacht, dass sie eigentlich losfliegen, Leute. So, was haben wir hier? Fossilienzentrum. Im Fossilienzentrum können sie DNA aus Bernstein und Fossilien extrahieren, um neue Dinosaurier-Genome zu erschaffen. Aufregend! Fossilien angesehen? Was ist das? Rhodium. Ne, verkaufen das, wenn da keine DNA zum extrahieren ist. Hier, Tritia-Tops. So, wie gehts eigentlich unseren geilen Dinos? Na, schau, da ist er! Da ist unser erster Dino. Dann werde ich unseren zweiten schon freilassen. Ne, Idiot. Lauter Tutorial vergessen, unseren zweiten Dino freizulassen. Es tut mir leid. Ein Struthiomimos. Interessant. Noch ein Dinosaurier, der eine direkte Verbindung zu unseren modernen Vögeln nahelegt. So, der Rentner kann direkt mal was saufen. Na du. So. Wie schauts hier aus? Okay. Da kann man einfach nur die Dinosaurier betäuben. Was haben wir hier? So, bist du schon fertig? Äh, scheint so. Was haben wir hier? Ah, den Edmontaurasaurus Fossil. So, wir können doch mal die DNA extrahieren. Und schauen uns was an. Haben wir genug? Ne, wir haben erst 48%. Schade. Hey, unser Expeditionsteam ist wieder hier. Wir holen erst mal Pflanzenfresser, Leute. Oh, sehr hohe Qualität. Nice. Du bist hier fertig? Du bist Lambert, unser Sicherheitschef. Ihre, deren und meiner. Willkommen auf den Inseln. Wir stehen hier vor einer schwierigen Frage. Wir wollen unsere Tiere unter Kontrolle halten, doch gleichzeitig auch ihr instinktives Verhalten fördern, um ihr Kampfpotenzial auszuschöpfen. Hören Sie, jeder hat Angst davor, dass diese Tiere frei im Park herumlaufen. Mich eingeschlossen. Aber wir können sie uns nicht zunutze machen, wenn wir nicht ein paar Risiken eingehen. Okay. So, wir extrahieren hier mal den ganzen guten Stoff, dass wir dann ein Ding bekommen. Was können wir sonst da bauen? Für die Gäste können wir was bauen. Ein Schutzraum, das ist gerade gar nicht mal so, so schlecht. Ich freue mich mal, ob was schief geht. Was haben wir noch für die Gäste? Ein Souvenirladen. Und ein Fahrrad. Oh. Ein Souvenirladen kann man doch immer brauchen, oder? Hier geht direkt am Parkeingang. Wenn sie wieder nach Hause fahren. Am besten. Mal komm. Wir machen große Fortschritte. Ich stehe möglicherweise an der Schwelle zu einem Wunder. Und ich stehe hier nicht zuletzt wegen ihres Beitrags. Jetzt müssen wir unseren Dino ausbrüten, schlüpfen lassen und aufziehen. Dann wissen wir, ob wir für unsere Mühen belohnt werden. So ein Einstern sollt sich gar nicht aus, Leute. Wir holen hier nochmal die DNA raus. Die Frage ist, wie schnell das dann verbraucht ist, das Ganze. Kann man das irgendwie upgraden? Ah, hier. Ausfallschutz 1.0, okay. Okay. Gäste, kein Platz mehr, okay. Also keine Kohle mehr. Oh, es sind alles, die Dinos investiert. Also keine Kohle mehr, ich glaube, es ist noch zu teuer. So. So haben wir noch Gehege. Zäune. Wir haben eine Bodenfutterstation, glaube ich, ist noch zu teuer. Äh, verdammt, das Zeug ist alles schon zu teuer. Oh, oh. Stuto, Stuto, ja. Stuto. Ich glaube, wir haben keine Kohle mehr, kann das sein? Das sind unsere Tricera-Tops fertig. Ja, unsere Tricera-Tops fertig, Leute. Boah, wie geil. Die neuen Exemplare, äh, Dinosaurier, entsprechen den Erwartungen. Aber wir wollen, dass sie gedeihen. Das ist unsere nächste Aufgabe. Dafür sorgen, dass unsere Exemplare gut versorgt sind. Dinosaurier wohl. Die Schwierigkeit bei Dinosauriern ist, dass sie keine Erfahrungen im Umgang mit Menschen haben. Also, erraten sie sich keinen Dank, oder dergleichen. Die Sicherheitsabteilung schuldet ihnen was. Habe ich jetzt genug Kohle zusammen, dass ich, äh, hier das jetzt bauen kann? Ne. Dammit. Gott dammit, Leeroy. Äh, wir werden einfach so ein minderwertiges Sossil verkaufen. Die ich auch gar mit. So. Jetzt haben wir genug, äh, dass wir ein Gehege bauen können. Äh, also eine Futterstation bauen können. Äh, ich hoffe, die wollen nicht. Ich war jetzt nicht zu nah. Ich folge ihren Errungenschaften mit großem Interesse. Und ich bin etwas enttäuscht, dass Dr. Dua sie damit betraut hat, anstatt mich einzuweihen, was sie definitiv hätte tun sollen. Das werde ich später mit ihr besprechen. Ah, ah, weiß ich schon, wer du bist. Du bist aus dem ersten Teil. Das ist wieder ein Charakter aus dem ersten Teil, Leute. Das war damals der, äh, der DNA-Fahrer. Ja, einzig. Warte mal, ist das der zweite Triterium? Ja, nice. Dicht lassen wir uns nicht so lange warten, mein Freund. Du hast geil raus. Die sind gar gemacht, Leute. Schaut euch. Alla, die Animationen sind ja auch... Die Geräusche sind ja auch richtig, richtig, richtig geil. Okay, wir müssen jetzt den Triceratops mit 70% ausblüten. Ähm... Natürlich, so schlau, wie wir Sen haben, als unsere Genome verkauft. Ähm... Wir werden das Expeditionsteam nochmal loschicken. Ähm... Verdammt, zu wenig Kohle. Ah, jetzt mal Kohle. Kohle, Kohle, Kohle! Was war das denn? Was ist das unten mit der Hakenforschung? Haken-Wurm-Forschung? Wir haben jetzt natürlich neue Dinos. Hier natürlich die Triceratops. Ähm... Ich darf einfach nicht zu schnell meine Kohle ausgeben, so wie es ausschaut. Weil sie wollen jetzt mal wieder was haben. Also ich will jetzt wirklich meine ganzen Dinos. Triceratops, äh, DNA für die zwei rausballern. Und... Ah, okay. Rhodium ist ein Sintnis und wertvolles Edelmetall. Okay. Ähm... Ich glaube, das... Äh, das los war dann. Ich glaube, wir schauen hier maximal für die Charaktere rein, oder? Hier der George Lambert, unser Sicherheitschef. Dann hier Henry Wu. Ähm... Wie gesagt, das ist ein Charakter aus dem ersten Film. Finde ich cool. Also für mich als Kenner der ersten Filme und, äh, auch... Die habe ich auch sehr, sehr gerne gemacht. Also die habe ich da als gerne Stöpsel angeschaut. Also das war wirklich... Damals... Ähm... Das ist schon ein bisschen gruselig. Im Forschungszentrum können Sie Ihren Park auf verschiedene Art und Weise aufpeppen. Neue Gebäude, Upgrades und mehr. Okay. Äh, medizinische Behandlung. Hier. Hackenwurmparasiten. Wir brauchen dafür Kohle. Okay. Also wenn wir 125 Taus... Warte, Moment, Moment. Da waren auch noch, äh... Für Gebäude dabei. Hier. Gebäude Upgrades. Interessant. Was man alles hier freischalten kann, Leute. Oh, cool. Man kann sich einen Kleiderwagen, äh, Kleiderladen dazu bauen. Oh, wir haben Besucher, Leute. Wir haben hier Besucher. Wie cool ist das? Wir machen 36.000 Gewinn pro Minute und haben Ausgaben von Minus. Wir machen Minus. Oh, man. Man auch. Was ist das hier oben im Kontrollraum? Ah, neue Versiegen. Nice. Äh, uranium, okay. Einmal bitte extrahieren. Äh, wir haben die Kohle für die Forschung. Die war hier. Und euch schicken wir auch gar nicht da los, Leute. Ne, den wir ihnen an den Licht. Strutor. Also, brauche ich nicht. Äh, ne. Wir haben eigentlich noch ein paar... Moment. Ist es hier oben das Forschungszentrum? Ja, ja, ja. Ich hätte es mir einfach doch denken können. Dass man das hier oben kann. Schauen wir noch kurz Fossilien rein. Wollen wir hier auch noch DNA-Extraktion. Haben wir jetzt schon einen bisschen besseren... Triceratops? Nein, wir sind noch 64%. Wir brauchen aber 70. Äh, ich schicke die lieber Sicherheitswähler noch mal hoch. Äh, los wird die Cera-Tops DNA. Na, wie sie hier rausströmen. Ah, wir haben hier nur ein Souvenirlad. Haben wir genug Kohle für... Ne, haben wir nicht. Fürs Fossil-Restaurant. Hi, ich bin Isaac. Ich habe viel Gutes über Sie gehört. Ich leite die Unterhaltungsabteilung. Was bringt die weltgrößte Show, wenn sie niemand sieht? Antworten Sie nicht, das war eine rhetorische Frage. Mit einer eindeutigen Antwort. Wir brauchen mehr Besucher im Park. Schaffen Sie mehr Leute in die Anlagen. Mehr Besucher bedeuten mehr Einnahmen, Spannung und Möglichkeiten. Wir brauchen noch keine Kohle, Leute. Ähm... Was haben wir noch für Fossilien? Hier, den Bernstein brüten wir mal, extrahieren wir mal. Haben wir jetzt eigentlich genug? Äh, hätten wir eigentlich genug, dass Cera-Tops DNA... Äh, DNA... Jetzt hätten wir dann auch mal alle drei Mitarbeiter kennengelernt. Also für Entertainment, Sicherheit und Forschung. Mal schauen, wo uns die Häuser dann hinführt. Jetzt müssen wir mal warten. Jetzt müssen wir natürlich warten, bis wir ein bisschen Kohle reinkriegen, dass wir noch ein paar Sachen machen können. Jeder Dino hat eigene Nahrungsbedürfnisse. Wie wir Menschen auch. Bauen Sie die richtigen Futterstationen in den Gehegen. Hä? Ich bin ja eher der Rindfleisch-Typ. Oh, das ist auch interessant, dass die, äh, sterben können dran. Nicht mehr, weil wenn, wenn hier große Dinos... ...zu viele große Dinos dran mitfuttern, dann können die anderen Dinos dran, äh, sterben. Interessant. Äh, es gab doch die Möglichkeit, zum Selbst-Ranger-Team fahren, oder? Ja. Haha, wir können selbst durch unseren Park fahren. Oh ja. Ohohohoho. Also, die Animation ist noch ein bisschen schwach geworden. Man sollte es auch weiter denken. Wir fahren jetzt rein, wir fahren zu uns, wir fahren jetzt rein. Das geht sogar. Jeehaa! Was? Ah, verdammt. Futterstationen wieder voll. Ich wäre jetzt aber... Irgendwie wäre es doch witzig, wenn wir dann jetzt... Produkt braucht keine Behandlung. Oh Mann, ist das cool. Warte, ich kann kurz Triceratops näher kommen. Oh, okay. Triceratops ist in Panik. Ah ja. Ich sollte mich dann mal schleichen. Das ist interessant, dass man Protos machen kann und die dann verkaufen kann. Das ist interessant. Schöne Sass-Seiten-Profil. Ah. Ah, mehrere, die Sound... okay. EBS auch. Und das sind mehrere, ähm, mehrere, von denen du haben musst. Das muss ich gut eigentlich machen. Oh. 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 Nice, 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 nice. Komm. Geh trinken, geh trinken oder baden. Irgendwas am Ball. Ja geh baden! Wie geil ist das? Oh. Verdammt. Äh. Shit. Ich darf jetzt nur auf Fotos machen und da gar nicht atmen. Okay, I'm up here. Ja. Ja, aber ich meine die kleinen Details, die Musik und alles. Oh man, die machen wir mit denen raus und dann zurück. Nachschubanfrage erhalten. Ah, unser Expeditions-Team ist wieder da. So. Wie darf das jetzt so auf, wenn ich nicht dabei bin? So sozialisiert sich, okay? Streift umher, streift umher. Okay. Ihr sozialisiert sich also. Oh, schau. Du behalten sie. Ah, schade. Jetzt hören sie nämlich auf. Schade. Kann ich jetzt einen Triceratops machen mit, äh. Ja, nice. Okay, ich muss mit sparen. Sparen, 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 sparen. Ich glaube, 230 war das, was das gekostet hat. Warten wir dann kurz umher ab. Wie ist der Mann, du gehst? Wie ist der Mann, du gehst? Wie ist der Mann, du gehst? Ah, gerade um 1000 zu wenig... Ah, jetzt! Jetzt kommt der Geldtick. Ich muss dann aufpassen, ich muss dann ein bisschen was für die... ...schauen, dass ich hier für Unterhaltung auch ein bisschen was mache. Weil 5 Dinos sollten aber für das erste Mal genug sein. Dann muss ich mal schauen, dass ich für Sicherheit und Unterhaltung was mache. Das Expeditionsteam kann ich wahrscheinlich eh nicht derzeitlichen Sinn schicken. Nein. Was wir definitiv brauchen, ist auch ein Ding... ähm... ...ein Restaurant, Leute. Wir brauchen dringend ein Restaurant. Und wir brauchen auch ein Fleischfressergehege. Oh, wo wollen wir jetzt hier ankommen? Ah, hier! Okay. Okay, als nächstes schalten wir das Extrationstempo frei. Ähm... Wir kommen zu einem Park, Savanne... ...Restaurant... ...also ein Fastfood-Restaurant. Ähm... ...Härte des Sounds 2.0 kann man sie freischalten. Sehigkeit der Haut 2.0 und Sicherheitszentrum dann. Nice! Ich mag diesen Auftrag. Das sollten Sie auch. Hm... Okay. Man kann sich also auch neue Aufträge anfordern lassen. Äußerst interessant. Äußerst interessant. Ist unser Tracea-Toption fertig? Ja, ist er! Komm raus! Komm raus, mein Freund! Komm raus! 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 Ingen tritt sie überhaupt auf sie sind im Hang. Nein, Güte, sie haben deinen kranken Dinosaurier. Zeit ihn zu behandeln. Sonst tragen sie auch die Verantwortung für das, was danach kommen sollte. Halten wir uns nicht mit den Details auf. Im Großen und Ganzen ist das ein solider Auftrag. So, wollte ich jetzt mal einen Ranger kürzen? So eine Sau, die Heiden. Kann ich selber wissen, das Fahrzeug schneller? Ja. Das kann ich selbst machen. Dann machen wir das selbst. Nein. Die muss sich. Leute, die muss sich. Sie müssen das Tier medikamentös behandeln um es zu retten. Produkt behandelt. Oh, du bliebst du vor? Okay. Hey, ihr wollt doch... Oh! Au! Au! Oh! Mission Hauptgeschoss, brechst euch das Leben. Schönen Sie zurück. Eine Million haben sie bekommen. Ich habe es geschafft. Unser Weg führt in Richtung eines rein blütigen Dinos. Das wird das Paradigma verändern. Diese Errungenschaft kann man nicht ignorieren. Oh, durch ihre Hilfe, das ist wohl klar. Unter meiner Leitung natürlich. Ja, natürlich. Ich denke, wir sind ein gutes Team. Lassen Sie uns das wiederholen. Ich gebe Ihnen Bescheid. Ich habe Dr. Dua schon unzählige Male an der Aufgabe zerbrechen sehen. Jetzt glaubt sie, durch sie wieder im Rennen zu sein. Denkt sie wirklich, sie könnte mehr erreichen als ich? Ich sollte die rausfahren, Leute. Ah! Er jagt mich. Ich hab hier wieder gefangen. Ich bin sicher. Ich werde das immer weiterfahren. Hey! Auf wir sind! Bei uns sind ja noch nicht. Ich habe es nicht mehr... Er ist nicht mehr in die Wand, woanders! Ich habe es einget x? Ich habe es geknickt. Ich habe es nicht mehr. Aber das mit den Zuschauern ist noch gewöhnungsbedürftig, Leute. Wir haben auch die Expeditionskarte. Wir müssen einen Fleischfresser suchen. Da ist ja ganz gut, dass wir noch die Genome davon haben. Ich brauche mal ein bisschen mehr Energie. Das heißt, wir werden kurz in das Gebäude verbesserte Leistung investieren. Was war da hier mit verstärkt? Okay. Hier. Ne, hier auch nicht. Auch nicht. Wo ist denn die Forschung jetzt verfügbar mit den gestärkten Herzen, Leute? Ja, komm, experimentieren wir die auch noch. Ich brauche das mit den Säuern oder das. Die Ballen waren nicht sovigniert. Ah, das ist doch noch nicht so. Die Ballen waren nicht sovigniert. Ah, das ist doch noch nicht so. Untertitelung des ZDF, 2020 Ah, okay, wir müssen immer ein Spannwerk aufbauen, dass ich da auch Strom verteile, verstehe. Diesen Auftrag haben wir eingesagt. Dafür müssen wir uns bei Ihnen bedanken. Okay, ein Kindübertragung. Ich hätte da einen neuen Job, der Ihren Fähigkeiten entsprechen sollte. Schauen Sie sich die Sache an und sagen Sie Bescheid. Oh cool, eine Sturmabwehrstation. Und hier kommen Sie ins Spiel. Ich muss diesem Lambert recht geben. Er sieht diese Tiere als Gelegenheit an, aber auch als Bedrohung. Sie müssen für mich ein paar Dinos ausbrüten, schlüpfen lassen, sie unterbringen und sicherstellen, dass die ACU auf der Insel präsent ist. Das ist die erste Projektphase. Legen Sie los. Okay, als nächstes müssen Sie das Tier in einem Hammond-Entwicklungslabor ausbrüten, ehe Sie es freilassen und in einem Gehege unterbringen können. Sorgen Sie außerdem dafür, dass die ACU auf dieser Insel präsent ist. Wir brauchen mehr Leute wie Sie. Ich schließe diesen Genombeschaffungsauftrag und bedanke mich bei Ihnen. Vergessen Sie das nicht, wenn ich in Zukunft etwas von Ihnen brauche. Ohne außerordentliche Sicherheitsvorkehrungen würde hier nichts funktionieren. Das ist unser Auftrag und Sie haben uns auf Isla Mataceros gezeigt, wie man ihn erfüllt. Sie haben sich diese Belohnung verdient. Wir kriegen Kohle, Kohle, Kohle! Äh... Oh, okay. Okay, also wir sind jetzt bei ihr ziemlich gefolgen. Wir fordern mal einen neuen Auftrag an, und zwar einen Wissenschaftsauftrag. Wir hätten da was Interessantes für Sie. Und was Profitables. Bin ja schon bei zweieinhalb Stunden, Leute. Wir bauen zu Sicherheit noch eine zweite Fotostation hin für die Pflanzenfresser, Leute. Und wir haben einen Edmontosaun. Ich glaube, das war gar nicht so schlecht, dass wir da zweitens hinfahren haben, weil der, wie Sie auch ein Pflanzenfresser. Sehr cool. Ich finde das cool. Interessant, wie er geht. Oh Mann, wie cool ist das gemacht. Wie cool. Ich habe hier leider nur die falsche Vorschriften ausgewählt, wie ein Idiot. Ja, ja, ich habe die Pfeilion, ja. Ähm... Ah, ja, ich habe hier. Ah, ja, ich habe hier. Ah, ha, ha. Ah. Okay. Was haben wir jetzt noch? Was? 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 Wir brauchen fast noch eine Energie-Upgrade-Seite. Okay, die nächste Phase klingt etwas verrückt. Das ist sie auch. Wir werden einen Dinosaurier ermutigen, die Eindämmung zu durchbrechen. Dann reagieren wir darauf und sehen, ob unsere Abläufe und unser Personal der Aufgabe gewachsen sind. Ja. Jetzt würde ich gerne wieder zurücknehmen, was ich gerade über den Typen gesagt habe. Wir leben in einer gefährlichen Welt und hier ist es noch schlimmer. Der Auftrag könnte uns in der Sicherheitsfrage weiterhelfen. Wir haben hier aber geholfen. Schauen wir uns das mal an. Welcher Dino kommt? Das ist ihre erste Anlaufstelle, falls sie einen wilden Dino betäuben müssen. Ah, du bist draußen, okay? Na komm, trau dich. Okay, wir haben einen Flüchtigen. Zeit für Finden und Binden. Wir verwenden nicht tödliche Waffen. Aber denken Sie daran, der Dino weiß nicht, dass das eine Übung ist. Also seien Sie vorsichtig. Ich verstehe zwar, dass unsere Sicherheitsleute den Drill brauchen, aber so würde ich das beim besten Willen nicht machen. Wenn Sie ein Problem damit haben, wie wir für Ihre Sicherheit sorgen, können wir gerne darüber reden, Doktor. Später. Im Moment haben wir zu tun. Kommt auf den Stand. Bist du abschließen? Schau mal, was wird. Schau mal, was wird. Ah, nice. Wir haben ihn erwischt. Sie müssen das Transportteam rufen, um das Tier sicher in sein Gehege zurückzubringen. Okay. Jetzt kommt ein Post-Transportteam. Da bin ich jetzt mal gespannt. Wo kommen die her? Na, wo ist es? Ihr habt doch... Oh, das ist das Ziel auswählen. Sorry. Ah, da kommen wir einfach aus dem Webrand raus. Okay. Ich verstehe. Und da bin ich los. Und da bin ich auswählen. Äh, ich verstehe. Oh, ja, ich verstehe. Ich verstehe. Und da bin ich. Also, das ist ein kleines Scherf. Wo ist es, was ich? Ah, ich verstehe. Ah, ich verstehe. Oh, ja, ich verstehe. Gutes Ausschaut, wie er da hängt. Du Ärmster! Der ärmste Zylinder ist einfach dafür ausgenutzt. Och så vi gillar, så vi la i till A. Ja, wir haben Silberfluten, interessant. Exkremente, okay. Oh, nochmal Dricera-Tabs, okay. Sturmabwehrstation ist noch nicht gut. Teil erledigt, voll und ganz. Sehen Sie, wir wissen noch nicht, wie weit wir gehen können, um diese Tiere unter Kontrolle zu halten. Und die denken sich, weiß Gott was aus, um unsere Schwächen auszunutzen. Bleibt nur die Frage, wer zuerst an die Grenze seiner Möglichkeiten stößt. Wir oder die, immer wachsam bleiben. Das war immer die Hauptherausforderung im Jurassic-Industrie-Komplex. Nutzen gegen Sicherheit. Was für ein immenses Potenzial für Profit. Aber eben auch für Gewalt. Das ist so ein Weg angeschlossen. Jetzt definitiv. Der Weg geht auch schöner. Sturmabwehrstationen. Sturmabwehrstationen schützen die Gebäude des Parks vor Sturmschäden. Nützlich, was? Das ist die Belohnung für das Abschließen der Mission. Sicherheitsabwehrstationen auf Isam. Ja, Sturmabwehrstationen schützen die umliegenden Gebäude von Sturmschäden. Also alle im blauen Radius sind jetzt geschützt. Okay. Das heißt, ihr müsst jetzt theoretisch da oben nochmal nicht machen. Damit hier oben die Gebäude geschützt sind. Und wir bauen noch ein Hotel hin, Leute. Das heißt, es ist ein schön fettes Hotel. Nerviertes, nicht? Das ist ein schön fettes Hotel. Es ist ein schönes Hotel. Wir brauchen erstmal ein neues Kraftwerk, bevor wir das bauen, brauchen wir erstmal ein neues Kraftwerk. Wir brauchen erstmal ein neues Kraftwerk. Wir brauchen ein neues Kraftwerk, aber wir brauchen ein neues Kraftwerk. 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 Wir brauchen ein neues Programm." Hier steht ja auch schon das Sabotage-Risiko der Leute. Das ist ja das. Wir fordern mal kurz einen neuen Auftrag an. Auf 2 Sterne und auf 100.000, ok. Ja komm, drauf geschießen wir machen. Wir machen mal Fleisch besser. Oh warte, das wird jetzt aufs Pferd. Noch mal eine Lebendfutterstation für den Fleischfäßer. Ok, wir haben neue Obsidian. Wir haben einmal Rhodium zurück. Wir haben hier DNA zu extruieren und einmal zu kaufen. Ja. Ja. So, wo können wir euch noch hinschicken? Ja komm, wir verfeinern ein bisschen unseren Fleischfäßern. DNA. Ja. So. 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 говоря mal는지�� cried, okay. Ähm, Forschung? Ne, genetisch wäre es nicht. Wir machen mal hier die Gehege. Ah, okay. Die machen noch Strom ab. Ja. So, und jetzt ist halt wieder das Warten angebracht. Wir warten mal ganz kurz. Oh, wir haben einen Karten-Tilo. What? Wo? Wo bist du? Ach du Oma Teufel. So, fangen wir jetzt los von selbst. Ja, das ist voll schön, dass ich mich da da. Das ist voll schön, dass ich mich da 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 da. Und wir haben da einfach Selien gekriegt. Ne. Ne. Das verkaufen wir. Haben wir mehr davon. Und wir schicken euch kein wieder nach. Was? Äh, trittsirer da probier ich schon. Na komm. Wir verfeinen da ein bisschen Fleischfresser. Fleischfresser Einfach von Fleischfresser Der ist schon fast zu fertig Jetzt bin ich gespannt wie das Ob das gut ausgeht Leute Schauen wir mal Ob das jetzt die beste Idee wäre Ein Fleischfresser Diesmal ein Ceratosaurus Auf dem Rücken befinden sich markante Stacheln Und er trägt ein Horn auf dem Schädel Ziemlich genau das was man nicht antreffen will Wenn man alleine unterwegs ist Oder in einer Gruppe Wow Wow Da frisst man die noch Das Unvermeidbare ist also eingetreten Wo Leben war ist Tod Aber sie müssen sich jetzt fragen Ob man das nicht hätte vermeiden können Die Antwort Natürlich nicht Der Tod kommt immer Aber hätten sie ihn hinaus zögern können Hm Das ist eine andere Geschichte Ich hätte das selbst nicht besser machen können Danke Das ist eine andere Geschichte Ich hab ihn einfach weggefrisst Der Hauptmann hat er einfach weggefrisst Der frisst mir meine Dinos weg. Die Ratte. Die müssen Gehege für den Baum. Ich brauche hier so ein Fleischfässergehege. Gehege... Oh! Nein, wartet, wartet, wartet. Erst machen wir mal ein Gehege. Wo haben wir den Zaun? Hier. Wir haben das nicht. Ich habe das nicht. Ich habe das nicht. Wir haben die Verkaufel, nur die Verkaufel. Ich habe das nicht. Ich habe das nicht. Ich habe die Verkaufel mitgegut. Vielen Dank. Ich hoffe, das ist... Das ist dann soweit abgesichert. Wo ist er jetzt? Da ist er. Transportteam... Du... Fuck, ich kann ihn nicht abholen. Zur Abholung des Produkts unterwegs. Nein, 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 warte, 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 warte. Ich bin das verkackt, Leute. Aber ich sehe gerade, es ist die Zeit auch vorbei. Ich werde jetzt schauen, dass ich... Offscreen noch ein bisschen hier schaue, dass ich hier ein passendes Gehege für ihn mache. Dass er meine Normal die Viecher wegfrisst. Und wenn sie, wie gesagt, wenn sie es sehen wollt, dann schaut es bitte das nächste Mal wieder rein bei Jurassic World Evolution. Bis dahin, ciao! Ciao!